And we go where no one goes Oh Freunde, was ist hier heute schon wieder los? Heute ist der 1. April, es ist kein Scherz, aber es ist gerade wirklich ein neuer Snapshot für die Minecraft-Jarweil-Dation erschienen, der eigentlich ein April-Scherz ist. Und diese Version erfüllt Träume. Wollten wir nicht schon immer mal den Ender-Dragon oder überhaupt einen Drachen in Minecraft reiten, außer in einem DLC von Drachensammel. Aber in dieser Version ist alles möglich und die gucken wir uns jetzt auch gemeinsam auf jeden Fall an, eben erst erschienen. Damit aber wie immer zuerst einmal ein schlamtastisches Hallo, liebe Freunde, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit ganz gut. Wir haben gerade einen brandneuen Minecraft-Snapshot bekommen für die Jahrweilchen von Minecraft, denn heute ist der 1. April und wie jedes Jahr hat sich da Minecraft wieder etwas vorgenommen. Es gab schon mal einen Snapshot, diesen Infinity-Snapshot mit den ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Letztes Jahr war es, glaube ich, nur dieser Bildschirmschoner, soweit ich weiß. Minecraft Plus hieß das, glaube ich. Und dieses Jahr ist es endlich wieder ein brandneuer Snapshot. Ich glaube, One Block at a Time nennt er sich. Und es ist wirklich absolut weird. Wir schauen da auch direkt rein. Abonniert vorher noch gerne rein, dann verpasst ihr auch nie wieder irgendwelche Minecraft-News mehr. Und auch, ihr helft mir weiterhin zu den 300.000 Abonnenten. Viel fehlt nicht mehr. Kommentiert auch gerne eure Meinung zum diesjährigen April-Scherz. Ist das cool oder nicht so cool? Wird mich sehr interessieren. Und ansonsten noch den Like-Button zerstören, weil ich habe gehört, das soll Glück bringen. Besten Tag. Schauen wir uns erstmal den offiziellen Blog-Post einfach mal von Minecraft an. Also das haben sie eben gepostet. Es gibt übrigens auch einen Trailer. Den packe ich euch einfach mal unten in die Beschreibung. Ist auch wirklich sehr amüsant, muss ich sagen. Ulraf ist dieses Mal die Hauptrolle. Der hat das hier nämlich alles gecodet. So kommt es auf jeden Fall rüber in diesem Video. Jedenfalls ist hier natürlich ganz viel erzählt. Lustig, tralala, hin und her. Eigentlich relativ uninteressante Informationen. Aber wenn wir hier mal reinschauen, gibt es hier schon die ein oder anderen Sachen, die schon sehr interessant sind. Also man kann Blöcke ganz weird halten. Man hat auch zwei Hände. Also hat man auch so, aber beide Hände werden irgendwie so ganz komisch gehalten. Auch hier die Blöcke wirst du so in der Hand halten. Die Villager, guck mal, das Villager da hinten, als hätte der so ein Glow-Squid-Plüsch. Das ist ja aber richtig süß. Ja, du kannst Tiere türmen oder Mobs türmen. Ich weiß jetzt nicht genau, was mir das sagen soll. Hier ist einfach ein Creeper, der ein Fass anguckt. Weiß ich nicht. Dressen wir gleich mal aus. Ja, hier muss man auch nicht viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Hier haben wir dann noch die ganzen Features. Also wir haben absolut kein Inventar. Wir haben keine Verzauberung mehr. Und wir haben keine Erfahrung mehr. Und es ist total weird. Also wir gucken einfach mal in das Game jetzt rein. Es wird spannend. So, denn das absolute Hauptfeature dieses Spiels oder dieses Snapshot ist das hier. Du kannst den Mobs einfach mal mitnehmen. Ah, es ist so cool. Du kannst jetzt mit dem Eisengohl rumlaufen und sagen, jo, flieg mal in die Richtung. Let's go. Und dann kannst du ihn wieder packen. Hey, also du kannst dich auch nicht schlagen. Jedes Mal, wenn du einen Mob sozusagen aufnimmst, dann wieder rumschwankt. Guck mal, das sah auch ganz lustig aus. Dann, ja, logischerweise nimmst du ihn auf. Kann man jetzt auch das Pferd dazu nehmen? Was? Ich reite jetzt auf dem Pferd mit dem Eisengohl. Aber kann ich denn noch einen Mob nehmen? Komm, wir versuchen nochmal das Schwein hier zu nehmen. Lass uns mal... Es funktioniert. Das Schwein ist... Wait, what? Okay, nächstes Schwein. Ah, ja. Okay. Sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall. Also man kann hier Mobs ohne Ende türmen und die dann auch auf einmal... Ups, ich wollte nicht fliegen. Ah, ich bin in Creative Mode. Sorry. Und zack, werfen wir sie alle mal. Und die Schweine wurden... Oh, was ist denn jetzt? Die Schweine wurden einfach mal zerpratscht vom Eisengohlhem. Und hier werden auch die Items so gedroppt. Also ich wechsle jetzt gerade mal zum Survival-Modus. Und dann sieht man auch, wir haben kein Inventar. Wir haben keine Hungerbalken. Wir haben keine XP-Bar. Wir haben gar nichts außer unser Leben. Und wenn wir das Fleisch jetzt hier abbauen, können wir das theoretisch, glaube ich, auch essen. Lass mal gerade gucken. Ja, aber man schmeißt das dann halt immer so, ne? Das ist irgendwie weird. Crafting Recipes. Das ist ja interessant. Also ich habe noch keine Werkbank irgendwie benutzt. Aber man hat ja kein Inventar. Wie soll man denn dann craften? Aber wir gucken mal, was wir hier so alles finden. Das Ding ist halt, man kann halt auch auf nichts rechts klicken, ne? Also du kannst auf nichts zugreifen. Weder auf den Ofen hier, den musst du abbauen, genau wie die Truhe, die dann explodiert. Und der ganze Stuff liegt dann einfach mal hier auf dem Boden. Was denn jetzt? Warum kriege ich Schaden? Hä? Was ist das? Was ist das da? Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist. Sind das irgendwelche Piekser? Ich habe keine Ahnung. Okay. Das heißt, wir können den ganzen Stuff zwar aufsammeln, aber ich kann es auf jeden Fall nicht anziehen. Das ist halt das weird. Kann ich das denn essen? Lass mal gerade gucken. Nein, er schmeißt es nur. Du schmeißt die ganzen Sachen einfach mal rum. Kann man denn die Picke nehmen und dann zu dem Ofen gehen, um es schneller abzubauen? Das funktioniert. Und wo haben wir jetzt die Spitzhacke? Spitzhacke? Jetzt die Spitzhacke weg. Jetzt haben wir die Spitzhacke aufgebraucht, um den Ofen abzubauen. Ihr merkt schon, es ist alles total weird hier. Aber es ist halt wirklich so, du kannst alles anklicken und werfen. Du klickst den Sandblock hier an, hast den in der Hand. Wie so ein Enderman, komme ich mir manchmal vor. Und kannst ihn dann auch werfen und der wird dann irgendwo wieder platziert. Das heißt, die fliegen dann nicht einfach rum, sondern... Hä? Okay. Wir haben einen Back gefunden, Freunde. Jetzt haben wir ein Chaos Gras. Nein, aber normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel einen Erdeblock hier nimmst, dann platziert er sich selber wieder da hinten. Das ist jetzt Trampelfahrt. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Beziehungsweise, das ist jetzt kein Trampel. Doch, ist es. Never mind. Alles klar, wir haben gerade... Okay. Verwirrt. Es steht auch im Change-Lock, dass Glas 50% mehr realistisch ist. Aber warum? Inwiefern... Also, warum? Weil es nicht zerbricht? Also, weil man es abbauen kann? Oder was meinen die damit? Ich verstehe es nicht. Also, das ist jetzt eine Glasscheibe. Wir können uns ja gerade mal den Glasblock hier einfach geben. Aber da ist eigentlich genau das Gleiche. Was fliegt denn da hinten rum? Okay. Also, auch hier. Den kann man einfach abbauen. Ich weiß jetzt nicht, was hieran realistischer sein soll. I don't know. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt versammeln sich die Villager hier zum alltäglichen Tratsch. Die lästern jetzt über uns. Ich nehme dich mit, mein Freund. Du gehst nirgendwo lästern. Komm her. Du gehst erstmal eine Runde schwimmen, sage ich dir. So. So ein Ding ist das. Ah, ich würde mal gerne was ausprobieren, Freunde. Jetzt wird es interessant. Wenn wir schon Sachen werfen können. Wir geben uns mal einen Anvil. Was passiert denn, wenn ich einen Anvil hochwerfe? Dann sterben wir doch, oder? Müsste doch passieren. Nein, lol. Er verschwindet einfach. Hä? Wieso? Nein, der ist uns auf dem Kopf drin. Was? Okay. Äh. Hm. Ja, fühlt sich gar nicht mal so gut an, muss ich sagen. Also, da war vorher zwar nicht viel drin in dem Kopf. Aber, also, ein harter Eisen-Amboss ist jetzt auch nicht so angenehm. Okay. Funktioniert jetzt mit allen Sachen? Wenn ich jetzt den Grasblock hochwerfe und den auffange, dann haben wir keinen. Nein, dann kriegen wir Schaden, natürlich, von einem Grasblock. Es ist doch ganz klar. Äh, Grasblock. Habe ich Grasblock oder Glasblock gesagt? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Was mich noch wundert, im Change-Log steht irgendwas von Sneaky-Block. What? Sneaky-Block-Frage-Zeichen? Und ich habe halt hier schon, ne, Slash-GIF eingegeben. Und bin auch schon die Liste so, ja, eigentlich fast komplett durchgegangen. Also, relativ schnell durchgescrollt. Ich weiß jetzt nicht, was da der Secret-Block ist. Das ist jetzt echt ein bisschen, weiß ich nicht. Auch echt alles durchgegangen. Also, was heißt alles? Natürlich nicht eins zu eins. Aber, äh, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Vielleicht, äh, klingelt es da irgendwie bei euch. Vielleicht findet ihr noch irgendwas. Aber ich habe da auf jeden Fall nicht großartig irgendeinen Sneaky-Block gefunden. Das ist alles so weird, man. Wenn ich so zwei Arme sehe, meine Güte, das sieht richtig komisch aus. Was ist denn, wenn wir den Wither einfach mal hierhin hauen? Kann man da auch irgendwas mitmachen? Nein! Oh Gott! Fast gestorben. Null. Der macht hier nur weiterhin alles kaputt. Den kann man nicht grabben. Aha! Der ist immun. Der ist immun gegen den 1. April. Das ist der Wahnsinn. Warum kann man den denn nicht grabben? Weil, wenn wir jetzt den Ender-Dragon spawnen, den können wir dann schnappen und mit ihm wegfliegen. Let's go! Drachen reiten, leicht gemacht. Drachen reiten vor allem. Drachen zählen leicht gemacht in Minecraft. Ah, guck mal, dann geht aber alles kaputt, wo wir durchfliegen. Das war doch schon immer mein Traum. Das heißt, wir können jetzt durch die ganze Welt fliegen. Und jetzt ist einfach... Ja. Ja, mein Game wird gleich crashen. Lol. Das ist ja funny. Guck mal, da haben wir ein Loch gemacht. So entstehen also die Löcher in der Minecraft-Welt. Ding ist halt, es gibt keine Drops, es gibt kein Inventar, es gibt keine Erfahrung, es gibt kein Essen, es gibt keine Verzauberung, es gibt kein Crafting. Also alles... Und jetzt gibt's kein Minecraft mehr, weil's crasht. Nein, also alles, was Minecraft eigentlich ausmacht, existiert nicht. Was ist denn, wenn wir uns einen Crafting-Table geben? Kann man damit irgendwas machen? Da ist er. Den platzieren wir hier hin. Ach, mit dem kann man nichts anfangen. Können wir uns den auch in den Kopf reinwerfen? Ja, können wir. Ach, guck mal. Wir können uns Blöcke auf den Kopf werfen. Ja, warum denn auch nicht? Ist doch ganz cool. Nehmen wir mal hier den Azalea-Busch. Ist doch auch ganz schön. Komm. Was ist jetzt? Okay, mit Büschen sah das Ganze schon irgendwie anders aus. Kann man das immer mit jedem Block machen oder nicht? Oh. Ne, jetzt haben wir anscheinend einen Kopfblock. Dann funktioniert das nicht mehr. Wie werde ich denn jetzt wieder los? Ich hab ja kein Inventar. Verdammt. Okay, Freunde. Eine ganz wichtige Sache müssen wir noch testen für die Wissenschaft. Wir müssen es tun. Bitte. Sagt meinen Kindern, dass ich sie liebe, falls ihr mich nicht mehr hört. Ja, wir versuchen es. Nein, das funktioniert. Was? Oh, lol. Okay. Ach, Mensch. Das erinnert mich ein bisschen an The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Aber mit einem Huhn. Mit einem Huhn. Wir versuchen das jetzt auch nochmal mit einem Huhn. Aber du kannst ja einfach lang fliegen. Kann man auch hochfliegen? Ich glaube nicht. Aber du kannst einfach straight durch die Gegend fliegen. Oh, Freunde. I believe I can fly. I believe I can touch this. Nein. Oh, Gott. Ich wollte den Sky touchen. Es hat nicht geklappt. Aber wir machen das jetzt nochmal mit einem Huhn. Okay. Für die Wissenschaft. Funktioniert das? Funktioniert das wie bei The Legend of Zelda? Es funktioniert wie bei The Legend of Zelda. Die sind doch echt die Kings. Das haben sie nicht... Das wäre so ein krasses Feature, wenn sowas gehen würde. Aber da muss ich direkt an... Oh, Mann. Nostalgie. Nostalgie, Freunde. Aber, ne? Man hat so ein sanftes Schweben sozusagen runter. Genau wie im Spiel. Nur, dass das Huhn hier natürlich total gechillt ist. Das bei The Legend of Zelda ist immer total ausgerastet und rumgeflattert die ganze Zeit. Aber das ist doch so toll. Und da kann man es wegschmeißen. Oh. Tolle Sache. Es ist aber auf jeden Fall schon verdammt funny, Freunde. Ich kann jedem nur empfehlen, ladet euch den Snapshot auf jeden Fall mal runter. Der ist auch im Launcher. Also da steht dann auch, ne? Minecraft Snapshot 22 Way. Way? Vor allem. One Block at a time oder so steht da, glaube ich, klein hinter. Einfach downloaden, austesten. Eine Menge Spaß haben. Zusammen mit Freunden sogar vielleicht. Also es macht einfach wirklich Laune, da noch so die ein oder anderen Sachen zu entdecken. Da gibt es bestimmt noch mehr, was ich jetzt gerade gar nicht alles auf dem Schirm gehabt habe. Aber gerne mal eure Meinung zum Snapshot unten in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Resttag. Einen angenehmen Rest. 1. April. Lasst euch nicht veräppeln. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.